Ja, ich habe heute nicht sehr viel zu sagen. Ich habe folgende Entscheidung getroffen. Ich werde meinen Beitrag nicht kommentieren. Ich möchte meine Arbeit, die übrigens in den letzten zwei Monaten entstanden ist, ich möchte diese Arbeit dem chinesischen Künstler Ai Weiwei widmen. Und ja, die Bilder gibt es im Sommer zum Teil bei der Art Bodensee zu sehen. Das wollte ich noch anhängen. Gut. Das war's. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.